Einen wunderschönen Moment, hallo Leute, willkommen zu Let's Play Mario Kart 8 auf der Nintendo Switch mit Ry6. Yo, yo, Leute. Was geht, ich will nur mal gleich vor anderen wegsagen, ich bin noch nicht so gut in diesem Game, ich hab das Ding erst seit ein paar Tagen. Oder noch nie so richtig gespielt. Na gut, eigentlich seit einer Woche, glaube ich. Ry6 ist ein Punkt, also der wird auf jeden Fall Platz 1 sein, denke ich mal. Der hat das Spiel schon sehr lange gespielt. Da ist jemand mit 3500 Points hier drin, also der Spiel, das gibt schon... Wie viel? ...leute in der Lobby, 3400 oder sowas. Soll. Also auf jeden Fall, ja auf jeden Fall ordentlich, also ich glaube nicht, dass ich irgendwas reißen werde. Bist du gerade echt in die Wand gefahren? Weißt du, du hast die letzten Runde auf meinen Pfoten geschaut, ne, und hast dich über meinen Spitzig aufgeregt. Tschüss. Ja, Moin. Ich bin da... Und ich nehme abkürz... ...und fällst du runter. ...und abkürzungen, die ich noch nie gekrischt habe. Weißt du was, dafür kriegst du erstmal was hinterhergeschmissen. Ach scheiß, ich hab nur Pilze bekommen. Hanzig mal. Weißt du, dann, wenn ich die Green Shelter... Oh Gott, was ist das? Jetzt hast du mich geholt. Pisser. Ich krieg noch. So. Aber es ist ein bisschen eine kleine Schande für mich, dass ich Sifter bin, also... Also bei dir okay, ne? Bei deinem Skill. Ey, du sagst mal ganz ruhig, Alter. Ich krieg noch, pass auf. Du hast auf Krampf, deine tausend Sauna zusammengerastet hier. Du hast alle jetzt auf Freunde gefragt, so, äh, könntest du bitte für mich spielen? Ey, du machst... Du bist richtig unsympathisch geworden, Alter. Du hast dich richtig verändert. Du bist ein richtiges Arschloch geworden. Richtiges Arschloch. Ich war immer schon ein Arschloch. Ja, jetzt nur mehr als sonst, ne? Oh shit, ich bin vierter. Bin zwölfter. Alter, ich hab grad richtig reingehauen. Stefan, ich kann dich nicht hören. Die Verbindung ist jetzt ganz schlecht. Ein Montanerlück. Das tut mal, Alter. Also im zwölften. Oh, zweiter. Nein. Weißt du, muss das laufen? Oh, scheiße. Goldmario ist unter mir. Deine Spieler auf Karten, die ich noch nie gespielt habe. Rat mal, wer gerade Erster geworden ist. Aber wahrscheinlich werde ich nicht Erster. Aber für jetzt in den Zustand bin ich wenig Erster. Das ist ganz cool. So, zack, zack. Die Kurve mitnehmen. Weißt du, die Leute könnten auch einfach denken, dass wir einfach zwei verschiedene Rennen spielen. Weil du siehst mich einfach gar nicht. Alter, jetzt sei doch mal ruhig, Alter. Ich hab die Fresse voll von dir langsam. Oh Mann. Ey, was soll das, Alter? Ich werde so bestraft, Alter. Alter, warum fahre ich die automatisch nicht? Die waren die ganze Zeit. Ja, jawohl. Ich bin sieb da. Scheiß Controller Connection. Ich hab zwei Red Shells oder so bekommen. Was ist die ganze Scheiße, die ich habe? Ich bin Achter geworden. Ich war die ganze Zeit Erster. Dann habe ich zwei Red Shells bekommen und war direkt Achter Platz. Ja, ich bin noch Zehnter geworden. Hauptsache vor dir, Digger. Ach, du es aber ganz ruhig. Das ist uns nicht so schwer. Ey, jetzt zeig mal ganz ruhig, Alter. Irgendwann habe ich eine Runde. Irgendwann habe ich eine Runde. Dann mache ich die richtig fertig, weißt du? Dann zeig ich dir mal hier, wer der Boss ist. Ja, triff schon weiter, triff schon weiter. Okay, was nehmen wir? Was nehmen wir? Eins, zwei, drei oder zufällig? Zufällig kann auch alles sein. Also wirklich alles. Wenn ich nur zufällig. Von diesen drei habe ich gemerkt. Wenn ich nur zufällig. Ich nehme... Ach komm, ach mal zufällig. Warum denn nicht? Ich nehme mal... Du hast einen sehr interessanten Skin, Alter. Ach stimmt, mein Skin ist gar nicht drin, ne? Warte, kann ich ihn auch schnell ändern? Warte, warte, kurz mal, warte, kurz mal. Warte, warte, ich kann noch meinen Skin ändern, glaube ich. Lief jetzt nicht das Spiel schon wieder. Da haben wir wieder Probleme, dass wir uns gegenseitig finden. Nein, nein, nein. So, warte. Gleich geht's los. Jetzt muss ich gewechselt werden, oder? Ne, wird nicht gewechselt, schade. Ja, vielleicht nach der Runde, vielleicht nach der Runde. Oh mein Gott, ich glaube jetzt... Warte, kurz mal. Ich weiß jetzt nicht, welchen Skin ich jetzt... Mit was für einer Karte ich jetzt überhaupt spiele. Ich glaube, ich habe etwas Falsches ausgewählt. Du hast deinen Charakter ausgewählt. Ich hoffe, ich habe noch Wario. Alter. Ich weiß es nicht. Der hat wirklich da oben 3472... Na gut, die aus Frankreich. Ja, ich habe noch Wario, okay, ich habe noch Wario. Nice. Ich habe noch mal Luigi, diesmal habe ich noch ein Bike. Genau, die letzte Runde. Der ist mit Quart gefahren. Bike, oh mein Gott, du bist so verkacken. Ich finde, Bike ist so schwer zu steuern. Ich finde, Bike ist richtig schwer zu steuern. Das werde ich ja sehen, ne? Das werde ich ja sehen. Ich will unbedingt mit Bike spielen. Also eigentlich hat es keinen Vorteil oder nachsagen. Also ich will unbedingt lernen, wie ich mit dem Bike spielen kann. Aber ich kann doch... Oh, nice. Ich bin schon. Etwas Gutes. Ja, Moin. Yes. Ich habe eine Red Shirt und die Bar war eigentlich nur für dich auf. Warte, jetzt bin ich da. Es ist ein G. Geh weg von mir. Richtig geil, der reißig. Wie geil, ich such dich. Ach stimmt ja, man kann ja hier, wer, wer, man springen. Alter, dieser scheiß Controller, alter, der hat schon wieder an den Links gelenkt. Dieser scheiß linke Joy-Con. Ey, ich muss mir so unbedingt den... Was mache ich hier gerade? Den Pro-Controller kaufen? Ja, du bist runtergefallen. Bin ich nicht? Ja, bist du schon. Auf jeden Fall muss ich mir nach diesen Aufnahmen erstmal den Pro-Controller bestellen, alter. Ich hasse an meinen linken Joy-Con. Sobald ich den abnehme, hat er irgendwie die ganze Zeit Probleme, dass er automatisch teilweise... Ich höre auf, nach links zu lenken, aber der lenkt immer noch nach links. Ich bin immer relativ weit vorne, aber dann, wenn es zum Schluss ankommt, verkacke ich so heftig, weil ich einfach komplett gemobbt werde von dem Game. Den würde ich nicht mehr sprechen. No, wie war die einfach gekommen? Land. Die Plätze sind ganz schön alle auf einen Haufen. Oh, ich bin fütter. Oh mein Gott, der hat einfach meine Red Shell abgefackelt von hinten. Die hat mich beschützt. Shit. Yeah, nice. Oh mein Gott. Das war so knapp. Wie, welcher Platz bist du? Zehn. Alter, ich bin immer das Schlusslicht. Da brauchst du gar nicht mehr Fragen. Was? What the fuck? Alter. Okay, ich bin kussler. Der hat er... Verdammt! Ja man, Dusche, hau raus Dusche, hau raus Ja, das sieht gut aus Ja, nein, 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 nein Ja, nice Bitte verkackst nicht, bitte verkackst nicht, bitte verkackst nicht Keine Scheiße jetzt bitte passieren Keine Scheiße jetzt bitte passieren Ja, ich hab ihn doch getroffen Zweiter Platz Easy, Digga, easy Ja, nice Du bist ein Ah, siebt der Oh, langsam werd ich besser Auch nur sehr langsam Alter, Platz 2 Na, guck mal an, Alter, da oben, goldener Mario Ja, moin Aber immerhin, du hast innerhalb von einem Paar Was ist los? Hallo? Bei mir ist alles still Bist du noch da? Weiß nix Bist du noch da? Hallo? Der ist weg, der ist weg Lol Ich würde sagen, ich behende dann hier schon mal die Folge Wir sehen uns dann bei der nächsten Bis dann, haut rein, auf Wiedersehen Tschüss Bis dann, fuß da hin Tschüss di